Als nächstes ist hier eine von euch in Himmelried angekommen. Jetzt, ähm, wer bist du? Ja, super und du? Das habe ich noch halb befürchtet. Eigentlich wollte ich etwas Tolles erzählen und berichten. Aber jetzt denke ich hier ein wenig. Kannst du nicht... Sag mir das doch bitte. Kannst du sagen? Was macht ihr denn da? Stell dir etwas her, da? Kann man etwas abholen? Ich meine... Ja, also... Ja, komm. Hallo miteinander, ich bin Marian. Und ich bin Paul. Wir sind von der Firma JBB Bohrer Getränke in Himmelried. Wir würden uns freuen, euch am 5. und 6. Dezember für Degustation einzuladen. Kommt doch einfach vorbei, probieren! Ja. Ja.